Kennt ihr noch den alten Werbespruch, packt den Tiger in den Tank? Mit diesem Rotwein von Chateau d'Adous bekommt dieser Spruch eine ganz neue Bedeutung. Packt den Tiger in den Tank! Eine typische Cuvée aus dem Languedoc aus Südfrankreich. Jetzt höre ich von Kunden oft, ja, Frankreich ist nicht so mein Ding. Aber die denken da oft an Bordeaux und an Côte d'Iron. Südfrankreich, Languedoc, das sind echt lecker, zugängliche, fruchtige Weine, die so gut wie jeder mag. Hier kommen die typischen Rebsorten dieser Region zum Einsatz. Carignan, Grenache und Syrah. Und da der Wein nicht im Holz lag, liegen auch die Eigenheiten dieser Rebsorten schön im Vordergrund. Und ohne Holz behält der Wein auch wunderbar seine Frische. Seine druckvolle Eleganz hat ihm dann wahrscheinlich auch den Namen Le Tigre eingebracht. Das hat auch den renommierten Weinkritiker, renommiert ist schon fast zu wenig, dem Weinpapst Robert Parker gut gefallen. Und der hat diesen Wein mit 90 von 100 Punkten bewertet, was einem hervorragend entspricht. Und wir haben den Wein mit 91 von 100 Punkten bewertet. Wir finden ihn also noch hervorragender. Aber wenn man den Preis dazu sieht, ist er nicht nur hervorragend, dann ist es sogar sensationell. Weil mehr Wein fürs Geld, das geht einfach nicht. Und was heißt das jetzt für euch? Ich sag's euch, bestellen Leute, weil das Leben ist zu kurz für schlechten Wein.